Kapitel 58 Auf dem Weg Mars griff zu seiner Lanze, die er nach dem Eintreten an die Wand neben der Tür gelehnt hatte. Er reichte sie Venus, die sie mit einem dankbaren Lächeln entgegennahm. Sie musste zwei Hände benutzen. Sie führte die Waffe an Apollos Kopf zwischen die goldenen Locken in seinem Nacken. Wie es die Tradition vorgab, teilte sie seine Haare in sieben Teile und aus jedem flochtete sie einen Zopf enge an seinem Kopf entlang. Sieben nach der Tradition und sieben nach Apollos heiliger Zahl. Danach führte sie alle zusammen und band sie mit einem goldenen Band zu einem Knoten nach vorne zusammen. Es war dasselbe goldene Band, das er schon kurz nach seiner Geburt getragen hatte, das die Leinen um ihn zusammengehalten hatte. Latona hat es ihm für diesen Anlass gegeben, sie hatte es bis heute aufbewahrt. Venus griff zu dem goldenen Kamm auf dem kleinen Tisch und damit steckte sie vorsichtig den Schleier an Apollos Kopf fest. »Fertig. Du siehst wunderschön aus, Liebes«, verkündete sie. »Wurde ja auch von dir zurecht gemacht«, kommentierte Mars. »Oh, halt den Mund«. Er hielt den Mund. Venus holte den Spiegel und hielt ihn vor Apollo, sodass er sich betrachten konnte. Mit dem orange-gelblichen Schleier vor seinen Augen sah alles ein wenig in dieser Farbe getaucht aus, aber er erkannte alles genug. Venus hatte gute Arbeit geleistet. Der Schmuck und die edel gegürtete Taille ließen ihn graziös und anmutig wirken. Nicht, dass er das sonst nicht auch war, aber sie verstärkte die weibliche Form, die er sich für heute zugelegt hatte. Noch. Aber nicht so, als würde er angeben wollen. Er mochte es, wie die Ohrringe unter seinem Schleier klimperten und man hin und wieder ein Glänzen erhaschen konnte. Auch die Frisur hatte eine ähnliche Wirkung. Sie sah wunderschön aus, aber auch auf die Weise, mit der sie auch eine alltäglich getragene Frisur sein könnte, nicht zu protzig. Apollo konnte sich das Lächeln nicht verkneifen, als er seinen Kopf vor dem Spiegel hin- und herdrehte. Morgen würde ein schöner Tag werden, garantiert. Apollo schritt am nächsten Morgen in seiner Hochzeitsnacht die Stufen seines Palastes auf den Olymp hinunter. Viele waren damit beschäftigt, möglichst unbemerkt alle Vorbereitungen für die Hochzeit zu treffen. Juno war so freundlich gewesen, die Aufgabe zu übernehmen, Jupiter abzulenken. Sie war gut darin, denn beeindruckend genug war sie, wenn sie wütend war, und darin war sie geübt. Sie hatte genug Gründe dafür. Sie hatte sich davon entschuldigt, an der Feierlichkeit teilzunehmen. Sie war zwar eine ihrer Unterstützer, aber erstens hatte sie trotz allem keine große Meinung, Latona zu sehen, und zweitens meinte sie, dass ihr vorheriges Verhalten Apollo gegenüber es ihr nicht zustehen lassen. Apollo nahm es nicht persönlich. Er war stattdessen sehr dankbar, dass sie ihnen Jupiter vom Hals hielt. Vor den Stufen selbst erwartete ihn ein Teil seiner Familie. Seine Schwester koordinierte, wo wer wann sein sollte. Merkur kümmerte sich um die Mitgift, bei der ihm Apollos Söhne, die Korribanden, halfen. Die Musen hatten es sich zur Aufgabe gemacht, sich um das Wohlergehen der Braut, zweiter Bräutigam, zu kümmern und schwärmten um Apollo herum wie eifrige Bienen. Er war es gewohnt, ihn störte es nicht mehr. Wester war so freundlich und kümmerte sich um Oleaura. Apollo und Lucius hatten sich für diesen Namen, für die kleine Triade, entschieden. Er ähnerte dem ihrer Mutter. Lucius hatte natürlich auch viel zu viel zu tun, als dass er sich an seinem Hochzeitstag um sie kümmern konnte. Und anderen Menschen wollte er die kleine Triade nicht anvertrauen. Die ersten Blütenblätter begannen zwischen ihren Haaren zu wachsen. Wenn man sie ein wenig frisierte, konnte man sie für einen Blumenkranz halten. Deshalb war es noch nicht problematisch, sie in der Öffentlichkeit zu zeigen. Allerdings durfte auch niemand näher hinsehen, sonst würde es definitiv gesehen werden. Deshalb war sie unter göttlicher Aufsicht. Seine drei Söhne, Hymen, Asklepios und Aristarios, warteten ebenfalls am Ende der Treppe mit Copido, Venus und Mars. Hymen hatte an alle schon die Hochzeitsfackeln verteilt. Er selbst trug seinen Blumenkranz aus rot-orangenen Rosen auf dem Kopf. Bald war alles für die Abreise vorbereitet und sie traten den Weg nach Rom an. Lucius machte sich für den Weg zum Haus der Brauteltern bereit. Gestern war der Vorabend seiner Hochzeit gewesen, bei dem er als Bräutigam noch nichts zu tun hatte. Er beinhaltete nur die Vorbereitung der Braut. Nun musste er sich zu Apollo begeben, um dort den Vertrag zu schließen und die Zeremonie durchzuführen. Sie hatten vorher schon darüber diskutiert. Denn Griechenland war für einen Sterblichen wie Lucius definitiv eine zu weite Wegstrecke. Und selbst wenn er hingereist wäre, wie wäre er dann den Olymp hinaufgekommen? Daher hatten sie sich entschlossen, einfach den Apollo-Tempel in Rom als Ersatz zu nehmen. Wenn jemand eine Hochzeitsgesellschaft dort hinterfragte, mussten die Götter das halt übernehmen. Es waren schließlich ein paar von ihnen da. Sollte jemand schon hinkriegen. Seine Familie würde im Haus warten, bis er mit der Braut zurückkam und hier der zweite Teil des Ritus und die Feier stattfand. Gerade ging er mit Corvus noch ein letztes Mal die Planung durch. Das Essen? So gut wie fertig. Es wird ganz frisch und pünktlich zum Fest mal serviert. Der Empfang? Vorbereitet, kann jederzeit durchgeführt werden. Platz für die Gäste? Sollte zur Verfügung stehen. Wie viele, hattet ihr gesagt, kommen noch gleich, nur um sicher zu sein. Lucius begann für sich noch einmal leise durchzuzählen. Also, die Geschwister? Fünf Finger. Andere Familienangehörige? Dreizehn dazu. Kinder der Braut? Fünfzehn Finger. Aber er hatte das Unglück, dass sein Vater gerade unbemerkt dazugetreten war. Kinder der Braut? Habe ich da etwas falsch verstanden? Oh, Vater. Nein, wieso? Die Kinder kommen natürlich auch. Ich kann sie ja schlecht nicht einladen, oder? Ah, das würde übel ausgehen. Das wäre ja wohl eine Frechheit. Aber genauso schlimm ist es wohl, mir nicht zu sagen, dass du eine Frau heiratest, die bereits verheiratet war. Keine Jungfrau. Stattdessen auch noch Kinder und sogar mehrere. Ja, er war überhaupt nicht glücklich. Corvus wusste wenigstens, wann er den Mund halten musste und schaute nur, möglichst ohne Aufmerksamkeit zu erregen, von einem zum anderen. Also, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, zögerte Lucius. Es hörte sich wenigstens nach einer schlechten Ausrede an, nicht, dass die Kinder aus ehelosen Beziehungen und von verschiedenen Partnern stammten, und auch nicht, dass seine Braut definitiv keine Jungfrau mehr war, wenn es ein Gegenteil dafür gab, dann eher das. Sein Vater schien nicht mit ihm darüber diskutieren zu wollen. Ich hoffe doch sehr, dass ihr gesellschaftlicher Stand, den du als »Ach, so hoch« preist, tatsächlich seine Versprechen hält, wenn du mir schon nicht den Namen verraten wolltest, sagte er in unzufriedenem Ton und mit dem Blick, mit dem er Lucius früher immer eingeschüchtert hatte. Irgendwie schien das nicht mehr so gut zu funktionieren. Dennoch nickte Lucius schnell und sein Vater ließ ihn in Ruhe, auch wenn man ihn ansah, dass seine Laune auf dem Tiefstand angelegt war. Lucius wandte sich wieder an Corvus. »Dreiunddreißig Gäste, rechne lieber mit ein paar mehr, es könnte sein, dass spontan noch welche dazukommen.« Corvus schaute kurz Gaius Lucius nach, dann wieder zu seinem Sohn und nickte. Dann verabschiedeten sie sich und begaben sich zu den laufenden Vorbereitungen. Lucius machte seinerseits Anstalten, sich zu verabschieden. Zuerst trat seine Mutter auf ihn zu. Sie strich ihm über die Wange, eine liebevolle Geste, an die sich Lucius wohl nie gewöhnen würde. »Ich glaube, du wirst die richtige Entscheidung treffen.« »Ah, sein Vater hatte sich also schon bei ihr beklagt.« »Ich danke dir, Mutter.« Lucius brachte ein Lächeln zustande. Langsam wurde er doch irgendwie nervös. Lucia war ebenso zusichernd. »Ich denke, jemand wie du kann gar niemanden heiraten, der nicht mindestens genauso gut ist. Ich freue mich schon.« Ihr gütiges Lächeln erinnerte Lucius wieder einmal an ihre Mutter, die genau dieselbe Güte besessen hatte. Lucius war froh, sie in seinem Leben gehabt zu haben. Und Quintus, der im Hintergrund stand, sah seine Frau an, als wäre er nie stolz auf irgendetwas anderes gewesen. Und Lucius bereute es kein bisschen, ihm Lucia anvertraut zu haben. Unterbrochen wurde Lucius' Worte der Dankbarkeit von seinem Sohn, der seine Cousin auch im Schlepptau hatte. »Ich freue mich auch schon,« rief er dazwischen und senkte dann seine Stimme. »Ich habe auch schon von einem gewissen Jemand, der gerade einen Zwergenaufstand dort drüben macht. Er wedelte mit seiner Hand nach rechts in die Gegend, gehört, dass wir ein wenig Gesellschaft im Haus bekommen werden. »Ich muss sagen, ein wenig enttäuscht bin ich schon, dass du mich so lange in meiner Einsamkeit hast sitzen lassen.« Lucius seufzte. »Du wirst sie schon früh genug kennenlernen. Und auch, wenn ich es eigentlich sehr ungern zugebe, ich fürchte, ihr werdet euch erstklassig verstehen. Zumindest mit einem deiner Stiefbrüder und deinem Cousin wirst du noch viel Spaß haben und ich werde in Angst leben müssen.« Tiberius und Spurius sahen sich mit breit grinsenden Gesichtern an. Oh ja, Lucius würde noch in Angst leben müssen. Der Abschied von seinem Bruder verlief wortlos. Ein unterstützender Schulterdruck und ein Zunicken, das war alles. Aber es beruhigte Lucius doch am meisten und sicheren Schrittes begab er sich in Richtung Stadtzentrum zum Apollo-Tempel. Zu seiner Hochzeit.